Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Geht schon. Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Big Horns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns nochmal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen. Okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Kohl. Aber Untertitelung des ZDF, 2020